Musik Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus erster Quelle. Wassermarsch, so hieß es Ende Juni am Eichert in Aue. Die Wasserwerke West-Erzgebirge nahmen hier ihren neuen Hochbehälter in Betrieb. Doch Trinkwasser wird hier nicht nur gespeichert, sondern ultra rein gefiltert. Mit einem einfachen Knopfdruck wurde das neue Wasserwerk Eichert in Aue in Betrieb genommen. Eine moderne Anlage, in der Wasser aus drei Einzugsgebieten der Region aufbereitet, gespeichert und vor allem ultra rein gereinigt wird. Das erste Wasserwerk in Sachsen mit Ultra-Filtration. Man kann sagen, es ist kurz vorm destillierten Wasser. Destilliertes Wasser ist die Nanofiltration. Also wir reden hier nochmal von ein Tausendstel kleiner. Wir haben hier Poren, die durchströmt werden von 0,05 Mikrometer, haben damit genau die Vorstufe vor destilliertem Wasser. Salze und Mineralien dürfen durch, Viren und Bakterien bleiben in den neuartigen Filtern hängen. Die Wasserwerke West-Erzgebirge garantieren damit eine gleichbleibende und vor allem hervorragende Wasserqualität. Von der neuen Ultra-Filtration und den beiden 500 Kubikmeter großen Wasserbehältern profitieren vor allem die Einwohner von Aue. Die Stadt Aue hat 17.000 Einwohner nach dem neuen Ezehnschutz und hier in diesem Hochbehälter werden zunächst für 8.000 Einwohner und später für 12.000 Einwohner das Wasser vorgehalten. Das heißt, der Hochbehälter hat eine immense Bedeutung für die Stadt Aue. Das neue Wasserwerk am Eichert in Aue wurde auch an das bestehende Prozessleitsystem der Wasserwerke West-Erzgebirge angeschlossen. Somit ist über Fernüberwachung eine genaue Kontrolle der Vorgänge möglich. Jeder Hochbehälter, jede Trinkwasseraufbereitung, jeder Schaltvorgang dort wird technisch überwacht und wenn irgendwelche Haverien sind, können wir darauf sofort zurückgreifen bzw. bekommen Haverien dort angezeigt. Trotzdem gibt es weiterhin täglich Kontrollen durch die Mitarbeiter der Wasserwerke West-Erzgebirge. Mehr als 2,5 Millionen Euro hat der Zweckverband investiert, um immer eine hervorragende Wasserqualität für die Kunden in Aue zu garantieren. Aber noch ein anderes Ereignis hatte diese Woche Vorrang. Der Zweckverband Abwasserschlemertal mit Sitz in Aue und die Wasserwerke West-Erzgebirge arbeiten enger zusammen und davon profitieren beide Verbände. Ende Juni wurde das neue Abwasserzuleitungssystem des Zweckverbandes Abwasserschlemertal zwischen Burkhardsgrün und der bestehenden Zentralkläranlage des Zweckverbandes Wasserwerke West-Erzgebirge Wolfsgrün in Betrieb genommen. Hintergrund. Die alte Kläranlage des Zweckverbandes Abwasserschlemertal in Burkhardsgrün war in die Jahre gekommen und hätte teuer saniert werden müssen. Aus diesem Grund entsorgen die Einwohner des Zschorlauer Ortsteils Burkhardsgrün nun ihre Abwässer in die bestehende Zentralkläranlage Wolfsgrün, die damit besser ausgelastet ist. Das war's schon wieder mit unserem Magazin aus erster Quelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.